Na Püppi. Alles gut meine kleine Katze? Heute Morgen gab es Schimpfe, weil Mäusi draußen eine Maus gefangen hat. Und dann haben sich die beiden hier angeknurrt, weil Püppi die haben wollte. Gucken wir mal, wo der Mäusi ist. Ein paar bisschen Licht machen hier. Da, der sucht immer noch seine Maus. Suchst du immer noch deine Maus? Da aus dem Gebüsch hat er sich rausgeholt. Ja, jetzt kommt er rein. Bisschen kalt draußen. Hm, Püppi? Ja, Mäusi. Seid ihr wieder Kumpels? Der Lino ist noch mitgemacht und mitgeknurrt. Da war hier Aufregung morgens. Da gab's Gezeter, ne? Siehste, und Püppi mag es nicht. Dino, hast du gleich wieder eine Tatze gekriegt. Privatsphäre ist auch nicht so deins, ne? Und Abstand und sowas. Da muss man immer gleich mal hin, dann, Püppi. Richtig so. Hasekind. Oh, müder Mäusi, warst den ganzen Tag im Garten. Ja, Linus, und du hast auch mitgeknurrt. Kein Gezeter hier. Mäusi, warst eben gerade draußen. Mäusi, warst den ganzen Tag im Garten. Und Püppi. Ja, roll dich ab, meine kleine Katze. Das war, Mensch. Ichahe. Ichahe. Vielen Dank.